Und bei dir wird gerade gebohrt. Yo. Gut gehst. Mach ein Video drüber. Mach ich jetzt hier mit. Mach voll das Video drüber. Über die Tonverhältnisse. Über die Geräuschkulisse hier. Lässt sich voll gut bei diesem Ton arbeiten. Und das einzige was man machen kann ist ganz laute Musik aufdrehen. Ich finde mein Mauszeiger nicht. Ich finde mein Mauszeiger nicht.